Ah ja, Alex. Wie läuft es so, Dino? Ach Alex, alle unzufrieden. Der Chef, die Fans, Spieler. Das Aus im Europacup. Der Ruckstand in der Liga, der Druck lastet auf mir. Wir müssen das dringend ändern. Ich werde alles tun, um dir zu helfen, Dino. Der Vorstand hat das Budget freigegeben, um einen neuen Topstar an Bord zu holen. Konkurrenz belebt das Geschäft? Ja, stimmt. Aber dem Vorstand geht es in diesem Fall nicht um Konkurrenz. Hier geht es um ein Duo im Sturm. Und du bist ein Teil dieses Sturm-Duos. Cool. Genau deshalb habe ich dich gerufen. Ich brauche deine Meinung, wer für dich der optimale Partner sein könnte. Um wen geht es denn bitte? Bitte glaub mir, es geht um ein Top-Talent. Ich brauche deine Meinung, wer für dich der optimale Partner sein könnte. Das ist ein Superstar. Mit dem hauen wir auf dem Feld alle um. Das dachte ich mir, sehe ich auch so. Das war ein echter Coup, das Tottenham ihn von den Dorns geholt hat. Ich sage dem Boss Bescheid, er wird begeistert sein. Danke für deine Zeit. Danke. Oh, äh, Dino? Alex? Ich verdanke es dir, dass ich hier bin. Danke. Keine Sorge, bis bald wieder da. Danke. Danke.